Heyo ihr Lieben, da ist es wieder, eure Katrin. Und das vierte Kerzlein brennt. Weihnachten ist endlich da. Ich denke, die meisten von euch haben sich schon drauf gefreut. Und auch ich möchte euch natürlich von ganzem Herzen frohe Weihnachtsfeiertage wünschen. Über Weihnachten kommen natürlich keine Videos von mir, weil ich denke, ihr habt besseres zu tun als an YouTube da vor YouTube zu hängen und euch da irgendwelche Videos anzuschauen. Aber ich wünsche euch, dass euch der Weihnachtsmann ganz reich beschenkt. Ja, vielleicht viele neue Videos oder so. Naja, wie auch immer, dieses nette Kerzlein stelle ich euch auch noch vor demnächst. Ja, also wir sehen uns am 27. sehen wir uns wieder. Ja, da kommt das nächste Video. Lasst es euch Gute gehen, ja. Schlemmt, was das Zeug hält. Lasst euch reich beschenken und genießt die Zeit im Kreise, eure Lieben. Ja. Also, von Katrins Diniversum gibt's demnächst Neues. Ja, es gibt auch wieder Neuigkeiten aus dem Diniversum. Selbst, da hat sich wieder was getan. Ja. Also, macht's gut, ihr Lieben. Bis zum 27. und habt eine gute Zeit. Bis dann. Bye.